Die Allianz Arena ist ein schwieriges Ort für alle Team zu besitzen. Du kannst nicht so gut sein! Thomas Müller! Was für ein Schluss! Ein weiterer dominante Leistung! Das ist der Haus von Bayern. Aber die Royal Blues von Schalke sind jung und faszinierend für Erfolg. Max Müller! Das ist ein tolles Goal! Ein Clash von zwei Teams, die nie geben werden. FC Bayern München vs. FC Schalke 04 WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR